Sei immer fair, ehrlich und glaube an das Positive. Diesen Erfolgstipp habe ich von Model und Schauspielerin Wilma Ellis bekommen. Genau darum, und darüber schreibe ich in meinem heutigen Blogbeitrag, denn der Antwort auf die Frage, wie kann ich denn positiv bleiben, denn so viele Sachen, lenken wir uns immer ab von den positiven Dingen des Tages und wie du positiv bleiben kannst, das verrate ich dir in meinem Blog auf www.nomen-gra-eta.com. Viel Spaß beim Reinkriegen.